37 Minuten gespielt, Schweizer. Zutzer vorbei an Koeman. Oh, 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 oh. Der nächste Freistoß aus 17 Metern. Das hat Zutzer sehr geschickt gemacht. Er hat geradezu dieses Foul provoziert. Er ist in den Strafraum hineingegangen. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, dass er einen richtigen Stürmer ausmacht. Nach dem Strafraum Nähe zu suchen. Wieder lauert Bregui. Das ist die Idealdistanz für ihn. Rechts oben. Ja, klar! Jawohl! Tor! Josh Bregui! Das erste Zweifel-Tor! Seit 28 Jahren an einer Fußballbeerwendung. hat er auf die andere Ecke fixiert. Was ich im Grunde genommen auch angeboten hätte. Was ich im Grunde genommen auch angeboten hätte. Was ich im Grunde genommen auch angeboten hätte.